Also definitiv bei der heimstärksten Mannschaft haben wir drei Tore erzielt. Wie schon gesagt von Ihnen in der Höhe vielleicht nicht zu erwarten, aber ich habe auch schon in der Zeitung gesagt gehabt, dass wir nicht hierhin fahren, um einen Punkt mitzunehmen, sondern dass wir gewinnen wollen. Und meine Jungs haben einfach alles das umgesetzt, was ich denen mit auf den Weg gegeben habe. Ich finde auch, dass wir in allen Belangen überlegen waren. Wir wussten, dass die Mannschaft sehr stark in der Luft ist und darauf habe ich meine Jungs in der Woche eingestellt. Das haben heute sehr, sehr gut umgesetzt und spielerisch weiß eigentlich jeder, dass wir zu den Stärksten in der Liga gehören. Das haben wir heute zu den Kämpferischen noch mit eingebaut, dass wir neben den Kämpferischen einfach noch unsere Spielstärke ausspielen und dementsprechend auch dann das Ergebnis 3 zu 0. Ich finde von meiner Sicht aus völlig in der Höhe verdient, auf jeden Fall. Der Gegner hatte bei dem 1 zu 0 bzw. bei dem 0-1 noch ein bisschen Luft geschnuppert gehabt und haben dann mit dem 2 zu 0 eigentlich den Deckel drauf gemacht. Mit dem 3 zu 0 natürlich umso schöner, mit der Hacke in die Gasse und unser Spieler, den ich dann eingewechselt habe, Enes Demijan, freut mich dann umso mehr für ihn, dass er das schöne Tor dann zum 3 zu 0 macht. Für mich war DSC heute einfach zu Ideen los, haben einfach nur mit langen Bällen versucht zu agieren. Aber wie gesagt, wir haben auch nicht gerade kleine Spieler und die haben eigentlich alles in der Luft abgefangen und dann sind wir schnell nach vorne gestochen und haben an die Dinger erzielt. Vollkommen richtig. Der Start in die heimischen Wochen, wenn man das mal so ausdrücken kann, der ist sicherlich ganz schlecht angefangen. Wir haben heute verdient 3 zu 0 verloren. Der Gegner war in allen Belangen gieriger nach dem Sieg. Wir hatten sowohl in der Defensive die notwendigen Fehler gemacht, sowie in der Offensive. Wir hatten ja auch zwei Pfostenschüsse, haben einige Chancen gehabt, die man hätte auch reinmachen können. Die haben wir nicht gemacht und hinten haben wir dann die Fehler gemacht, die zu Toren führten, sodass wir den Gegner eingeladen haben, hier zu gewinnen. Der aber auch spielstark war heute. Ich muss sagen, dass er heute leider von Anfang an nicht gespielt hat. Tut mir auch sehr leid. Eigentlich gab es normalerweise überhaupt keinen Grund dazu. Dann kam halt dieser Aspekt dazu, dass wir wissen, dass die Sevana Ekel sehr sehr stark in der Luft ist, wie ich da schon oft erwähnt habe. Das hat deren stärkste Waffe und dann haben wir uns gegeneinander entschieden und dann für einen defensiven Sechser, der halt in der Luft auch sehr 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 stark ist. Und deswegen musste er leider auf der Bank heute Platz nehmen. Hat dann aber Charakter bewiesen, indem ich ihn dann reingebracht habe und dann das Tor erzielt hat. Man hat es auch an der Freude nach seinem Tor gesehen. Alles gut. Das muss ein Spieler hinnehmen, wenn er nicht von Anfang an spielt. Und dann genauso mir heimzahlen, sage ich mal, mit dem Tor. Und am Ende alles gut. Zweieinhalb haben wir das Spielsystem ein bisschen geändert und hatten dann tatsächlich noch einige Torchancen. Wenn wir vielleicht vor dem 2-0 ein bisschen energischer in die Zweikämpfe gehen und ein Schussglück haben und machen das 1-1 oder kurz Zeit später haben wir ja noch die zwei Chancen zum 2-1, dann könnte es sein, dass wir hier noch einen Punkt mitgenommen hätten. Für die nächsten Spiele gilt, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir jetzt da so durchmarschieren und alle Spiele gewinnen. Das war schon heute ein Schlag ins Kontor. Wir müssen gucken, dass wir daraus die Lehren ziehen und uns in der nächsten Woche anders präsentieren. Also ich muss sagen, ich habe auch schon wieder in der Zeitung gesagt gehabt, dass man jetzt nicht zu euphorisch sein darf vor dem Spiel, weil wir zehn Punkte aus vier Spielen geholt haben. Man darf nicht zu euphorisch werden. Das darf man jetzt wieder nicht. Holzwickler ist da oben, der Stefan Ekel ist da oben. Wenn man nur einen Ausrutscher hat, ich sage, was für ein Ausrutscher. Also wir haben jetzt keine bestimmten Marschus nach oben. Unser Ziel war die ersten vier. Und auch wenn wir jetzt die nächsten Spiele gewinnen werden, also wir gucken nicht nach oben. Wir wollen einfach unsere Ziele erreichen, die ersten vier. Wir spielen nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Aber ich denke, es läuft gerade moralisch, fußballisch, alles ist schön, die Stimmung ist gut, wir spielen schön im Fußball. Und ich denke, dass wir in nächsten Wochen dann auch kreativ gestalten werden oder erfolgreich gestalten werden. Also ich bin guter Dinge, was die Zukunft angeht.